Norddeutscher Rundfunk 3 8 10 9 9 9 9 12 12 12 13 13 15 16 15 17 16 17 Die Leute sind in der privaten Klosigkeit und die Klosigkeit in der Klosigkeit. Hier, Kaiser Röntgen macht sein Laboratorium und eröffnet diese Aufmerksamkeit. Es gibt verschiedene Fakultien, Chemische Fakultien, Chemie, Universitätshospital, und alle Gebäude von der Universität. Die alten Fakultien, Gebäude und sie sind nicht heute benutzt. Untertitelung des ZDF, 2020